Ja, ich habe endlich jetzt den Schlüssel zum... Moment, welcher ist das überhaupt jetzt? Der 1, 2, 3, 4, 5, 6, der siebente Dungeon. Genau, endlich habe ich ihn gefunden, habe auch gleich direkt zwei Gegner auf Anhieb geschafft. Ab Stufe 80 hat man ihn finden können. Ich habe ihn natürlich ab Stufe 89 gefunden, weil ich ja so viel Glück hatte jetzt in letzter Zeit. Aber jetzt, wie gesagt, endlich habe ich ihn. Den nächsten gibt es ab 95 dann in zwei Leveln. Wieder bei einer Quest. Und dann ab Level 110 gibt es einen, den kann man dann auch im Waffenladen erblättern. Das heißt, den hat man dann wieder hoffentlich schnell. So, jetzt werde ich versuchen, vielleicht schaffe ich es sogar auf Level 95 mit den Dungeons. Zumindest werde ich es heute auf jeden Fall noch schaffen mit der Abenteuerlust dann. Als nächstes habe ich hier den Lava Blob, ein Intelligenzgegner. Ja, jetzt momentan ist es noch recht pilzintensiv hier, aber das wird hoffentlich nicht mehr lang andauern, wenn dann mal die ganze Dungeon-Phase, die heiße Phase da sozusagen erledigt ist und die Anfangs-Dungeons alle besiegt wurden. Werde ich hier auch keine Pilze mehr ausgeben, muss man ja dann auch nicht für die Dungeons. So, 122 hier ein Krieger als nächstes. Wen habe ich noch? Hier den Braunbein, Stufe 124 nochmal ein Krieger. Ja, aber der Lava Blob ist vom Level her eigentlich der nächste, aber die Magier sind immer so hammerübel. Hier habe ich auch diesen Gürtel bekommen, aber der hat auch nicht so viel Rüstung, leider. Da hat sogar mein komischer, normaler Geschicklichkeitsgürtel hier. Mehr Rüstung, aber auf jeden Fall besser als mein altes Epic. Jetzt schaue ich aber gerade, ob ich irgendwas umrüsten kann. Leider nein, im Laden, ich könnte mir auch nicht wirklich allzu viel bessere Items holen. Maximal, ja, die Epics sind doch schon recht alt, aber immer noch besser als die normalen Items, die man so bekommen könnte in dem Level. Ich glaube, da probiere ich noch eher hier den Drachen, weil da kann ich auch ein bisschen ausweichen mit etwas Glück. Weil da, hallo, der allererste Versuch war jetzt, war schon extrem gut gegen die Krieger. Kann es ja doch immer gut gehen. Das ist praktisch wie ein kleiner Lottogewinn. Rein theoretisch könnte man den, einen Krieger oder einen Kundschafter als Kundschafter selber, auch schon auf Level, ja, Level 10 will ich jetzt nicht sagen, aber viel früher jedenfalls. Einfach, wenn man so viel Glück hat, dass man immer nur ausweicht und der Gegner eben überhaupt nichts, dann könnte man die schaffen. Ja, aber hallo. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so hartnäckig wird. Eigentlich müsste ich den Lavaplop vorher schaffen. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Kundschafter, der hier erst, wie viele Dungeons habe ich jetzt? 55. Da gibt es schon welche mit 57, die in etwa in meinem Level sind. Hier auch 55 und Level 88. Aber, oh, okay, der hat hier schon, boah, zwei solche Epics. Okay, jetzt ist mir alles klar. Ja, ich bin einfach noch so schlecht equipped. Aber ich will mir jetzt nichts Neues. Ich will mir keine Epics erblättern. Schauen wir uns mal seinen Versuch an. Boah, das ist ja mal gar nichts. Da muss ich auf jeden Fall dreimal kritisch treffen. Gegen den. Ja klar, und gerade wenn ich mir den Versuch ansehe, kommt so ein Mist dabei raus. Oh, weia. Wieso ist der so hartnäckig? Vielleicht sollte ich mir doch neue Ausrüstung suchen. Oder ich probiere es mal etwas anders hier mit Geschick noch mehr. Aber, pff. Boah. Und mein Atem bleibt stehen. Boah. So einen Versuch hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Kaum rüste ich das Item um. Das wird aber auch nur Glück sein. Es kann nicht sein, dass wegen diesem einen Item jetzt der Versuch hier so gut war. Nein, oh mein Gott. Ich will nicht leer ausgehen. Gut, dann schaue ich mal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz im Laden. Boah, da gibt es ja schon wirklich tausendmal bessere Items. Ausdauer, 181 könnte ich da schon haben. Da kann ich sogar die ganzen Epics eigentlich weggeben. Wenn man das zusammenzählt, kommt man da auch auf 180 in etwa. Geschick, 171. Das ist ja schon extrem viel. 171 hier auch, statt dem Teil. Ich glaube, das kaufe ich mir jetzt auch. Die Halskette. Oh, jetzt werde ich immer unepischer. Ich meine, darum geht es mir ja gar nicht. Boah, das ist schon so alt. Das bringt nur 119 Gold im Verkauf. So, mal schauen, ob das jetzt was gebracht hat. Vermutlich auch nicht allzu viel. Aber die Versuche werden schon immer besser so. Also ich habe mir jetzt eigentlich fest vorgenommen, dass ich den Lava-Plop schaffe. Ich habe extra noch ein Level-Up gewartet und wollte ihn jetzt hier in Grund und Boden stampfen. Aber ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Schau mal auf den anderen Servern, dass ich hier die Taverne noch weitermache. So, das verkaufe ich auch noch direkt. Dungeons, jawohl, hallo Helgor. Wow. Oh mein Gott. Also mit so einem Versuch hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Wow. So nah bin ich bei dem schon dran. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht schlecht. Wow, hoppala. Das war ja sogar eine schlechtere. Boah. Der Versuch motiviert auf jeden Fall für mehr. Extrem genial hier gerade. So. RTL 2. Da blinkt es auf. Und wie es da blinkt. Soll ich hier den Dungeon probieren? Die Mordmaschine. Ach, ich will die Tränke jetzt nicht anpatzen. Extra deswegen. Aber einmal probiere ich sie so. Nein. Oh, schon wieder eine Special Quest. Jetzt überall hier Special Quests. Die roten Missionen sind immer Special Quests, wo dann am Ende seltenere Gegner sind für das Sammelalbum. Die man mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht haben wird. Wenn man noch nicht viele von den Special Quests gemacht hat. So, dass hier auch wieder die Abenteuerlust runter geht. Oh, hier habe ich den Dungeon gar nicht versucht. Aber hier. Oh nein, da ist mein Lebenstrang auch weg. Okay, dann brauche ich den gar nicht versuchen. Das bringt dann nichts. Hm. Da werde ich schon noch. Ah, okay. Das war eh die Special Quest. Jetzt dachte ich mir schon. Was ist denn da los? So, jetzt. Aber ein paar Versuche mache ich noch. Ich sage mal 24 noch. Und danach. Finde ich zwar sehr schade. Aber danach gebe ich es auf. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich den Lava-Blob da schaffen kann. Hm. Vor allem, weil der vorige Gegner war auch ein Magier. Und der war nur ein paar Level niedriger. Den habe ich mit Leichtigkeit geschafft. Beide eigentlich vorher. Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass der ein bisschen netter zu mir sein wird. Hm. Ja, aber die Ausrüstung macht... Ja. Oh mein Gott. Danke dir. Ich danke dir so sehr. Ich danke dir. 112. Dieses Epic. Gerade habe ich es mir noch angeschaut. Wow, wow, wow. Ja. Ja. Zwar wieder weniger Rüstung. Aber egal. Diese Attribute. Das... Wow. So, jetzt verkaufe ich aber diese Kette. Die bringt sowieso gar nichts. Jawoll. 56. Endlich. Das Epic hat zwar wieder weniger Rüstung gehabt, als diese Schuhe. Die Rüstung ist generell mies. Ich bin auf 20%. Puh. Aber ja, was soll ich nur tun? So, jetzt vielleicht mit diesem Epic gegen den Drachen jetzt auch noch. Na, ich glaube, der wird vielleicht noch dauern. So, 10 Versuche setze ich jetzt noch an. Gegen den lieben Drachen. Und dann so ab... Ich schätze mal so 800 Pilzen werde ich dann aufhören, mit den Pilzen so herumzuwerfen. Dann sollte ich auch die... Die 100... Nein, die 90. Ich sage immer 100. Aber eigentlich sind es ja nur 90. Die 90 Dungeons auch so gut wie durch haben, hoffentlich. Dann werde ich immer nur jede Stunde einmal angreifen. So, gut. Dann war es das. Jetzt wird nochmal fleißig geskillt. Denn wir sind jetzt schon beim... Beim 9. Und für den muss man gut gerüstet sein. Der Raid findet irgendwann heute Abend statt. So, da la... Jawohl. 5 Minuten 91.000. Das ist sehr fern. Endlich 56 Dungeon Etagen. Das war ja wirklich eine schwere Geburt. Und dann endlich mal ein gutes Epic wieder.